Hi und willkommen bei einer neuen Folge Work in Progress. Ich bin zurück vom Chaos Communication Camp und dachte, deshalb können wir heute auch mal draußen aufnehmen. Jetzt bin ich diese Außenwelt ja schon gewohnt. Und ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie braun geworden bin oder ob immer noch der ganze Staub vom Camp an mir haftet. Das war nämlich maximal warm und maximal staubig, aber dazu nachher mehr. Erst würde ich euch gerne ein bisschen was von meinem Stuhlprojekt erzählen. Und ich weiß gar nicht so genau, wann ich aufgehört habe mit dem letzten Video. Ich glaube noch in der Konzeptionsphase. Es ist nämlich viel passiert, er ist nämlich sogar fertig und ich sitze darauf, wenn man es irgendwie sehen kann. Vielleicht auch nicht so gut. Genau, der Stuhl ist fertig. Das Fräsen war lange und anstrengend. Und momentan sieht der Stuhl jetzt auch so aus, dass diese Blattvenenstruktur nur auf der Sitzfläche und im Rücken ist. Ich habe mich jetzt dagegen entschieden, die Beine auch noch in dieser Struktur zu machen, weil ich glaube, dass es irgendwie zu instabil geworden wäre. Und der ist jetzt so schon akzeptabel stabil, würde ich sagen. Für mich ist es sehr bequem. Man muss beim Hinsetzen und Aufstehen vielleicht mal ein bisschen aufpassen, dass man manche Kanten nicht zu sehr belastet. Ich hatte dann schon zum Schluss beim Camp einen kleinen Riss im Stuhl, aber der hat sich jetzt auch hervorragend reparieren lassen. Genau, ich habe also gefräst. Ein Teil hat ungefähr fünf bis sechs Stunden gedauert. Das zweite habe ich sogar live gestreamt. Das war sehr nett, weil man dann immer noch nebenbei ein bisschen mit Leuten chatten kann. Und dann fühlt man sich nicht ganz so alleine. Und ich muss bei meiner Fräse ja eh dabei stehen und absaugen und gucken, dass sie sich nicht selbst zerstört. Von daher passt das dann ganz gut. Mir ist nur leider so nach einer Stunde Fräszeit eine Lampe umgefallen. Ich hatte so eine LED-Beleuchtungslampe mit hingestellt. Die ist rückwärts vom Fräsentisch gefallen auf die Bank, wo der Fräsrechner steht. Und es war genau auf das USB-Kabel gefallen und hat damit Störsignale erzeugt, was der Fräse nicht gefallen hat. Und die hat den Vorgang abgebrochen. Das war sehr ärgerlich. Das heißt, ich habe praktisch eine Stunde verschwendet, mehr oder weniger. Ich habe dann den Home-Punkt neu gesucht und das Ganze dann neu gestartet. Und naja, die eine Stunde Fräszeit musste ich halt trotzdem nochmal abfahren, auch wenn da kein Material mehr ist, was man wegnehmen kann. Aber ja. Genau, dann die zwei Teile ausgefräst, die Stuhlbeine noch kurz entworfen und ausgefräst. Die ganzen Dateien findet ihr übrigens auf meiner Webseite bleeptrack.de unter dem Projektnamen GenJair. Also Gen wie Generation und Chair wie Stuhl. Genau. Alle da auch schon mit einer leicht verbesserten Eigenschaft. Nämlich, dass der Teil, wo ich den Riss jetzt dann hatte, auch schon ein bisschen dicker einfach ist, dass das nicht so schnell reißen sollte wie bei mir. Genau. Dann, ja, verkleben, ölen, schleifen oder erst eher schleifen und dann ölen. Das dauert halt ultra lang, weil man hat natürlich eine riesige Oberfläche durch dieses Venenmuster. Und da muss man sich wirklich viel Zeit mitnehmen. Aber es hat sich auf jeden Fall rentiert. Ich bin dann am Tag drauf zum Camp gefahren. Leute bauen Dinge hier draußen. Ich hoffe, man hört es nicht so arg. Ich bin dann am Tag drauf zum Camp gefahren, habe den Stuhl mit eingepackt und ich habe auch sehr viele Leute darauf angesprochen. Und fanden den sehr hübsch. Genau. Ansonsten, Camp hat sehr viel Spaß gemacht. Ich war im Open Village. Da tummeln sich auch die Leute von Jugendtakt zum Beispiel oder von Wikimedia. Also dieser ganzen Wikipedia, Wikidata-Bubble. Das war sehr schön. Und auch gerade mit den Jugendtakt-Leuten quatsche ich eh immer sehr gerne. Was auch viel Spaß gemacht hat, war so ein bisschen die Suche, wo denn der Generator überall benutzt wurde. So ein paar Sachen habe ich gefunden. Schilder und was auch besonders schön war, in einem Verleih-Fahrrad von Deathbike, das später dazu kam. So ein Lastenrad war ein gelasercuttetes Schild, wo auch die Generator-Raketen benutzt wurden. Und generell Deathbike hat auch die ganzen Schilder, die vorne an den Fahrrädern hingen, mit dem Generator gemacht. Und viele Leute haben den gefunden und sich sehr darüber gefreut. Ich habe auch kleine Geschenke deswegen bekommen. So etwas wie selbstgemachte Habaneros-Hosen und so. Da freue ich mich schon drauf, wenn ich die verputzen kann. Ich habe auch mitgenommen mein Onewheel. Das ist so eine Art elektrisches Skateboard. Da gibt es in Deutschland nicht so super viel Fahrer. Und habe aber jemanden getroffen auf dem Camp, der das auch hatte und schon sehr viel mehr gefahren ist als ich. Das war auch sehr schön. Wir haben auch sehr viele andere Leute das mal probieren lassen. Das macht immer sehr viel Spaß. Man sieht auch generell sehr viel witzige Gefährte rumfahren. Da waren irgendwie gerade ganz viele so Umbauten von diesen Hoverboards, die ja mal super populär waren, zu Fahnden, Sofas, Fahnden, Bierkisten, Matekisten, Fahnden, whatever. Ach ja genau, Schienen liegen ja auch auf dem Gelände, wo das Camp stattfindet. Da liegen, das ist der Ziegeleipark Mildenberg und da gibt es so ein ganz kleines Schienensystem und da bauen sich da Leute natürlich auch passende Gefährten, die eben auf den Schienen fahren können. Ja, spielt ihr, während ich hier Aufzeichnungen mache? Okay. Na gut. Wo war ich? Stiftplotter. Stiftplotter habe ich natürlich auch mitgenommen und habe mich an den ersten Tagen meistens so mittags, nachmittags hingesetzt und Sachen geplottet und dann überlegt, wie ich die an die Leute verteile, weil das Camp ist doch sehr groß und man kommt ja nicht überall vorbei und habe dann beschlossen, einfach die mit einer Klammer an so einen Pfosten zu heften und habe irgendwie noch Free Generative Art drüber geschrieben und dann konnten Leute das einfach mitnehmen. Das hat ziemlich gut funktioniert und noch besser war eigentlich in den letzten beiden Abenden, wo ich da war, habe ich den Stiftplotter erst ausgepackt, als es schon dunkel wurde. Klingt erstmal unintuitiv, aber ich habe ja dieses Leuchtdurchpausbrett-Dingsi, was man da drunter legen kann. Und das war dann so richtig schönes Lagerfeuerfeeling, weil die Leute dann kamen und sich so mit um den Plotter gesetzt haben im Kreis und ja, mit mir sich über Generative Art oder Stiftplotter unterhalten haben und gewartet haben, bis es fertig war und dann hat jeder irgendwie eins mitgenommen. Und ich habe ganz viel von den generativen Raketen geplottet, aber auch ein bisschen was von den Beatles-Bot-Sachen zum Beispiel und genau, Leute haben sich sehr drüber gefreut. Es gab ja auch noch andere Plotter, die vom, genau, der X-Hein-Hackspace neben uns, die hatten so einen ganz alten Stiftplotter dabei, der war cool, weil der einen eigenen Papiereinzug hatte. Also wie ein Drucker hatte der so eine Kassette unten drin und konnte selber A4-Blätter einziehen. Das ist super. Das wäre auch was, wenn ich mal irgendwas Vollautomatisiertes hätte, gerne bauen wollte, hätte ich auch wirklich gerne, dann wäre das echt sinnvoll, irgendwie sowas zu haben. Das ist richtig cool. Und ansonsten gab es zum Beispiel noch Arturo aus dem X-Hein-Hackspace. Der hat sich ein MidBot gebaut, das ist so von Bad Drink entworfen, so ein ganz, ganz kleiner Stiftplotter und der ist halt wirklich ultra niedlich. Und den hat der vor Ort zusammengebaut und den haben wir dann ein bisschen ausprobiert und das funktioniert super gut und der ist wirklich super winzig. Also ich hoffe, dass mein Eigenbauplotter in so eine Richtung gehen wird, wenn der dann mal fertig ist. Ansonsten habe ich auch andere, also es gab eh ultra viel tolle Projekte und ich kann nicht von allen erzählen, aber was mir auch noch wirklich super gut gefallen hat, war, ich glaube, es ist World of Techno. Das ist praktisch so ein kleiner Wagen, den man rumschieben kann. Der kann seine Geolokation auslesen und anhand von dieser Latitude-Longitude werden. Dafür wirft er irgendwie ein paar Bits, aber die nimmt er dann im Endeffekt als Seed und spielt Techno. Das heißt, dieses Gerät spielt positionsbasierten Techno und generativen Techno. Und das ist ziemlich witzig und genau, der Wagen steht halt einfach rum und man kann den nehmen und rumfahren und ja, solange man halt Lust hat. Oben drauf war noch so ein netter Sticker, wo irgendwie drauf stand, take this art, follow a walk oder so ähnlich. Und das ist, ja, hat mir super gut gefallen, richtig schönes Projekt. Und in so eine ähnliche Kerbe schlägt noch das Projekt Lyricam. Das hat mir auch super gut gefallen. Das ist ein altes Kameragehäuse, innen drin Raspberry Pi und eine Kamera und da läuft lokal so eine Objekterkennung drauf. Das heißt, ich nehme die Kamera, mache irgendwo ein Foto, löse aus, dann blinkt es ein bisschen. Und hinten dran ist ein Thermodrucker und der spuckt ein Gedicht aus zu dem, was die Objekterkennung erkannt hat. Und das ist super witzig und manche haben sehr gut funktioniert, wo man irgendwie erkennt, dass da Leute stehen oder dass da, weiß ich nicht, ein Fahrrad steht oder sowas. Und manche Sachen sind halt auch völlig daneben. Gerade wenn man so nachts leuchtende Sachen fotografiert, dann werden irgendwie aus so blau leuchtenden LEDs, wurden irgendwie Skateboards oder so, ein bisschen witzig. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, damit rumzulaufen, einfach Sachen zu fotografieren und zu gucken, was da für Gedichte rauskommen. Ansonsten gab es natürlich auch ganz viele andere Sachen zu tun. Es gibt ja auch ganz viele Workshops und ich war zum Beispiel bei einem, wo man sich einen dritten Daumen dran bauen konnte an seine Hand. Das war sehr nett, ging auch ziemlich schnell, war schon praktisch alles vorbereitet, so ein ausgekapptes Stück Plastik. Da kommt in den Faden durch und der Faden führt praktisch an der Hand entlang zwischen den Schultern. Also an einer Schulter läuft er durch und an der anderen ist er fixiert. Das heißt, mit so einer Shrug-Bewegung konnte man dann den Daumen auf- und zudrücken lassen. Und man konnte auch sogar, also der ist so stark, dass man damit eine Wasserflasche oder so, oder so eine halbwegs gefüllte Plastikwasserflasche hochheben könnte, konnte. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde auch so Cyborgism-Themen irgendwie sehr spannend und da war so ein zusätzlicher Daumen mal schon sehr interessant, das mal auszuprobieren, was man damit so alles anstellen kann. Ansonsten konnte man natürlich auch sehr viel mit der Batch spielen. Das ist die hier, eine Smartwatch würde ich mal sagen. Die besteht aus zwei Platinen, der Grundplatine und der oberen. Und was auch sehr nett war, die gab es so als Mix and Match praktisch. Also die Oberplatine gab es in unterschiedlichen Farben und das Neopren-Armband war in zufälligen Farben. Man hat also ein Tütchen bekommen, wusste nicht, was drin ist und konnte auch tauschen, wenn man wollte. Und die war sehr schnell zusammengebaut. Die beiden Platinen steckt man mit so einem Connector einfach nur aufeinander und muss noch passenden Schrauben halt reindrehen. Genau, und unten ist das noch verbunden mit zwei so Metallplättchen. Und es sind ultra viele Sensoren drauf. Ich glaube, ich habe auch immer noch nicht alle rausgefunden. Also es gibt so die typischen Temperatur-Humidity-Luftfeuchtigkeit-Sachen. Ein ECG ist drauf. Also was ist das denn? Herzfrequenz? Genau, oder? Ich glaube schon, Herzfrequenz. Eine Infrarot-LED, diverse LEDs. Also hier oben gibt es eine ganze Reihe. Und innen zwischen den Platten sind auch noch einzelne farbige LEDs, die sich ansteuern lassen. Und es gab halt während dem Kongress, keine Ahnung, sicher fünf, sechs Firmware-Updates oder sieben sogar vielleicht. Und ja, man war eigentlich nur am gucken, was jetzt wieder Neues funktioniert. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, mit der auch ein bisschen rumzuspielen. Und ich bin erstaunt, wie klein und handlich das ist, wenn man mal so eine normale Smartwatch dagegen hält. Das ist der Unterschied nicht so riesig. Und das ist auch mal ein Problem, was ich generell mit so Smartwatch-Geschichten habe, dass sie meistens für mein Handgelenk irgendwie zu groß sind. Aber das, finde ich, kann man sehr gut tragen. Ja, ansonsten war es natürlich eigentlich, finde ich, abends noch viel spannender als tagsüber, weil abends die ganze tollen Beleuchtung angeht und die ganzen Installationen. Also die Fairy Dust ist ja diese große Rakete, die wird toll beleuchtet. Und da ist auch so eine bunte Palme noch in der Nähe gewesen aus so einer Metallkonstruktion. Und ich habe ganz viele so Infinity-Mirror-Aufbauten gesehen, die finde ich immer sehr spannend und toll anzugucken. Und auch generell, ja, also ganz viel so polygon-geometrische Sachen findet man ganz viel. Aber es macht auch einfach Spaß, auf so einen Hügel hochzusteigen und einfach mal so über das ganze Camp drüber zu gucken, wie alles bunt beleuchtet ist und lebt und Party macht und sich austauscht über Technik und Ethik und Kunst. Also ein wirklich sehr schönes Event und ich hoffe, bald wieder so etwas besuchen zu können. Es gibt ja, das Camp findet ja alle vier Jahre statt, aber dazwischen gibt es ja ganz viel anderes. Es gibt ja in den Niederlanden, vor zwei Jahren zum Beispiel war die Schar, da gibt es ja dann auch in zwei Jahren den Nachfolger. Und dazwischen findet auch in England immer das EMF-Camp statt. Also ich glaube, da würde ich auch sehr gerne mal vorbeischauen. Und apropos vorbeischauen, ganz wichtig, ich bin nächsten Freitag, ist die lange Nacht der Museen. Da bin ich im Technikmuseum Berlin und wenn ihr da vorbeischauen wollt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ich bringe die Stiftplotter mit und ja, werde ein bisschen was zur Geschichte von Stiftplottern erzählen und zu Generative Art. Also wenn ihr da mal Hallo sagen wollt, würde mich das sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Work in Progress und ich sage schon mal Tschüss, bis dann. Ich sage schon mal Tschüss.